Brustschmerzen und Atemnot Lungenembolie Bei einer Lungenembolie funktioniert die Blutzirkulation in den Kapillaren nicht mehr Urheberrecht Lana Masterfotolia in Deutschland sterben ungefähr 7000 Menschen pro Jahr an dieser Erkrankung. Die meisten Betroffenen sind 80 bis 85 Jahre alt. Ursachen Wie entsteht eine Lungenembolie? Eine Lungenarterie wird meistens von einem Blutgerinnsel verstopft, das sich im Rahmen einer Thrombose in den Venen der Beine aufgebaut hat. Dort löst es sich und wandert entlang der Blutbahnen über das Herz bis zur Lunge. Selten kommt das Blutgerinnsel von einer Thrombose im Arm. Menschen mit einer Thrombose im Bein, die plötzlich Atemnot und Brustschmerzen entwickeln, müssen aufgrund einer möglichen Lungenembolie sofort medizinisch betreut werden, insbesondere wenn sie nach einer Operation bettlägerig sind. Risikofaktoren für eine tiefe Beinwehenthrombose, die zu einer Lungenembolie führen könnte Einnahme der Pille zur Verhüttung, Schwangerschaft und Wochenbett, Bettlägerigkeit und Operationen, insbesondere am Unterleib und dem Hüft- oder dem Kniegelenk, Krebserkrankungen und Behandlungen, Herz- und Lungenerkrankungen ein. Blutgerinnsel im Bein kann in die Lunge wandern Urheberrecht Fotolia Chombosan Gerinnungsstörungen des Blutes oder Krampfadern Übergewicht Hohes Alter Thrombosen In der Familie Lange Flugreisen Rauchen Außerdem begünstigen Alkoholkonsum und Drogengenuss die Entstehung einer Lungenembolie. Alkohol führt zur Austrocknung des Körpers und zur Erhöhung der Blutgerinnungsgeschwindigkeit und schränkt die Wirkung von Medikamenten ein, die die Blutgerinnung hemmen. So bilden sich Blutgerinnsel leichter. Aufputschende Drogen, wie zum Beispiel Kokain oder Ekstasie, steigern die Herzfrequenz und den Blutdruck, sodass sich ein bereits bestehendes Blutgerinnsel von der Wand der Vene erlösen und zu einer Lungenarterie wandern kann. Darüber hinaus verengen sie die Blutgefäße und trocknen den Körper aus, was eine Lungenembolie ebenfalls begünstigt. Drogen, die gespritzt werden, verursachen darüber hinaus Venenentzündungen und Blutgerinnsel. Außerdem kann fetthaltiges Knochenmark nach dem Bruch eines großen Knochens in die Blutbahn eindringen, bis zur Lunge wandern und eine Lungenembolie heraufbeschwören. Weitere Auslöser sind Fruchtwasser, das sich während der Entbindung in die Blutbahn verirrt, oder größere Mengen von Luft, die durch fehlerhaft ausgeführte intravenöse Injektionen oder Infusionen ins Blut kommen. Symptome und Folgen Manchmal stirbt man an einer Lungenembolie. Die Lungenembolie führt zu Sauerstoffmangel im ganzen Körper und äußert sich mit plötzlicher Luftnot, Schmerzen in der Brust und Kreislaufschwäche mit Herzrasen, Abfall des Blutdrucks, Unruhe, Gefühlen und Angst. Weitere Anzeichen sind Bluthusten, Karusselgeräusche beim Einatmen, Schweißausbrüche, Schwindel oder Ohnmacht. Kopfschmerzen sind eher ungewöhnlich. Manchmal löst sich ein Blutgerinnsel nicht als Ganzes, sondern in mehreren kleinen Teilen über eine längere Zeitspanne. In diesem Fall kann sie der Körper selbst abbauen. Das Krankheitsbild ist milder und durch Schwindel, Fieber, Herzrasen und Reizhusten gekennzeichnet. Je größer der Lungenbereich ist, der nicht mehr durchblutet wird, desto schlechter ist die Prognose. Eine massive Lungenembolie kann in kürzester Zeit zum Kreislaufstillstand führen. Betrifft die Lungenembolie beide Lungen gleichzeitig, endet sie tödlich. Bis zu 90% aller Todesfälle ereignen sich innerhalb der ersten zwei Stunden nach der Erscheinung der ersten Beschwerden. Wird die Erkrankung zeitnah behandelt, sind Prognose und Überlebenschancen deutlich besser. Die Komplikationen einer Lungenembolie sind schwerwiegend. Folgendes ist möglich Lungenfellentzündung Eine Entzündung der Haut, die die Lungen überzieht und die Brusthöhle von innen auskleidet Pleuraergus Die Ansammlung von Gewebewasser zwischen den äußeren Lungenblättern Lungeninfarkt Das Absterben von Lungengewebeinfarkt Neumonie Eine Lungenentzündung im Bereich eines Lungeninfarkts Pulmonale Hypertonie Bluthochdruck im Lungenkreis Laufrechtsherz Versagen Plötzlicher Ausfall Der Funktion des rechten Herzteiles Eine Blutuntersuchung ist wichtig für die Diagnose Urheberrecht Fotolia Schonertagen Wie stellt der Arzt die Diagnose? Folgende Untersuchungen sind wichtig für die Diagnose Blutuntersuchung Bestimmte Blutwerte sind besonders aufschlussreich Es handelt sich um Substanzen, die der Körper produziert, wenn er versucht, das Blutgerinnsel aufzulösen Finden sich diese Substanzen nicht im Blut, ist eine Lungenembolie fast unwahrscheinlich Auch Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid im Blut sind wichtig für die Diagnostik einer Lungenembolie Computertomographie Bei einem Computertomogramm sieht der Arzt den Verlauf der Lungengefäße und die Blutgerinnsel Lungenzenitgrammes zeigt die Durchblutung und Belüftung der verschiedenen Lungenareale EKG Das EKG zeigt, ob der Herzmuskel wegen der Lungenembolie überlastet ist Ultraschalluntersuchung des Herzens So erkennt der Arzt, ob die Herzfunktion durch die Lungenembolie eingeschränkt ist und ob Blutgerinnsel in den Herzkammern schwimmen Ultraschalluntersuchung der Beinwehen Der Arzt prüft dabei, ob es Restgerinnsel in den Venen gibt Röntgenbild des Brustkorbses zeigt, ob das Herz vergrößert ist, ob die Lungenarterien gestaut sind und ob sich Wasser in der Lunge angesammelt hat Pulmonalisangiografie Ein Kontrastmittel wird gespritzt, so dass die Lungengefäße auf Röntgenbildern sichtbar werden Therapie Ist eine Lungenembolie heilbar? Eine Lungenembolie ist ein Notfall und muss dringend stationär behandelt werden Im Krankenhaus wird alles getan, damit sich Atmung und Kreislauf stabilisieren Manchmal sind schon davor eine Herzdruckmassage und Erste-Hilfe-Maßnahmen nötig, wenn der Kreislauf bereits zum Stillstand gekommen ist Der Patient wird dann im Krankenhaus in eine halbsitzende Lagerung gebracht und erhält Sauerstoff, schmerzlindernde Medikamente, Beruhigungsmittel und Arzneimittel, die das Blutgerinnsel auflösen Strenge Bettruhe für die Dauer von mindestens ein paar Tagen ist angesagt In einigen Fällen ist eine künstliche Beatmung nötig Reicht die intravenöse Verabreichung eines Arzneimittels zur Auflösung des Blutgerinnsels nicht, wird es mit Hilfe eines Katheters direkt behandelt, entweder mit einem Gerinnungshermenden Wirkstoff oder mit Ultraschallwellen Hilft das auch nicht, dann wird unter Vollnarkose operiert Der Arzt öffnet den Brustkorb, klemmt die Lungengefäße ab und entfernt das Blutgerinnsel Nach der Lungenembolie muss der Patient einen gerinnungshemmenden Wirkstoff für drei bis zwölf Monate einnehmen, in einigen Fällen sogar lebenslang Gerinnungshemmende Medikamente beugen Thrombosen vor Urheberrecht Gamephotography-Istax-Ur-Vorbeugung einer Lungenembolie Bei Menschen mit einem hohen Risiko, wie zum Beispiel nach einer Operation, verschreibt der Arzt einen gerinnungshemmenden Wirkstoff, um Thrombosen zu verhindern Auch Kompressionenstrümpfe wirken prophylaktisch in solchen Fällen Weitere Vorbeugungsmaßnahmen sind Rauchen Sie nicht Vermeiden Sie die Anti-Baby-Pille Bewegen Sie sich? Ist das nicht möglich? Spannen Sie die Muskulatur der Beine abwechselnd an Das beschleunigt den Blutfluss in den Venen und erschwert die Bildung eines Blutgerinnsels Bei langen Reisen und beengten Sitzverhältnissen ist regelmäßiges Fußkreisen oder Fußwippen hilfreich Fazit Eine Lungenembolie ist lebensbedrohlich Sie kann innerhalb von ein paar Stunden tödlich ausgehen Deswegen muss sie dringend stationär behandelt werden Medikamente, die das Verursachen der Blutgerinnsel in dem verstopften Lungengefäß auflösen, sind die wichtigste Therapiemöglichkeit Die Risikofaktoren einer Lungenembolie sind gut erforscht und die Vorbeugungsmaßnahmen sind sehr wirksam Deswegen ist es sinnvoll, alle Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, wenn sie zu einer Hochrisikogruppe gehören Punkt Links Deutsche Atemwegsliga Patientenliga Atemwegserkrankungen Deutsche Lungenstiftung Bundesverband der Pneumologen Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin Quellen interessante Artikel zum Thema Asthma-Lungen-Krankheiten Zielon 5 ации KfC 2 0 0 0 0 0 0 0 0